Hallo und heute geht es um den Lockdown und ums Zugfilmen und am Bahnhof fahren und da Züge filmen. Aber zuerst schaut euch das schon mal aufs Video, den Matchcheck von der Westen der Holje. Dann fangen wir an zum Reden über Corona. Also wie ihr wisst, haben wir ja Corona. Und es ist Lockdown. Deswegen ist es nicht so gut, jetzt am Bahnhof zu fahren. Also verboten am Bahnhof zu fahren und dort Züge zu filmen. Weil es ist ja nicht mein Beruf, Züge zu filmen. Und halt deswegen seht ihr jetzt viele zusammengefasste Videos. Oder welche, die, was ich noch nicht hochgestellt werde, sind. Zum Beispiel das Taurus-Video mit allen verschiedenen Taurus Teil 1 habe ich aus alten Aufnahmen gemacht. Und das Train-Watching auf dem Mitterfeld und beim Stadion im Grum Nussbaum ist ein älteres Video. Ich habe noch viele ältere Videos, die ich einfach nicht hochladen wollte. Weil sie einfach zu langweilig waren oder die Züge, nicht so viele Züge gefahren sind. Oder es mit der Grafik was hatte. Oder mein Handy hatte 0%. Deswegen seht ihr jetzt viele Videos auf meinem Kanal, was ihr schon gesehen habt. Und ja, ab um 13. bis zum 20. Dezember werde ich euch Train-Watching in St. Pölten präsentieren, dass Lockdown wieder weg ist. Und dann mit dem neuen Fahrplan, wo sich eh nicht so viel verändert. Und bis dahin wird es auch viele Videos geben über Brio-Spiel-Sachen, über Thomas die Lokomotive-Spiel-Sachen, vielleicht über meine neue Tomika-Bahn. Oder über die Lego-Statter, wo ich mir was dazu bestellt habe. Was dazu bekommen habe und das gerade einbaue. Deswegen, ich wollte ja einen Flughafen bauen, aber mehr verrate ich nicht. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und dann seht ihr hier im Hintergrund einfach irgendwelche Fotos. Das ist die, was ich mir rausgesucht habe. Irgendwelche Fotos, auch von Formeliansbergen, meistens Zügen. Und dann sehen wir noch das vom Rheinsrennen im Spielberg. Vom Lheinsrennen.